Ja, natürlich. Also wir sind wie jedes Jahr hier wieder auf der Messe vertreten und haben einfach bisher eine tolle Zeit gehabt. Also sind auch sehr zufrieden mit der Messebesucheranzahl, mit den Anfragen, also qualitativ auch sehr hochwertige Gespräche geführt. Haben auch wieder einiges zu bieten, wie jedes Jahr unsere legendäre Cocktailmaschine, die wirklich sehr gut angenommen wird. Ein Gewinnspiel gibt es, ja, kann eine Reise nach Curaçao gewonnen werden, in die All-West-Apartments. Und am letzten Sonntag haben wir ja auch nochmal einen bekannten Karikaturisten, wo sich die Kunden einfach zeichnen lassen können. In zehn Minuten gibt es dann für die Besucher eine Karikatur. Also bei uns, ganz schwerpunktmäßig kann man sagen, Indonesien, Philippinen ist wieder ganz stark, was dieses Jahr angefragt wird. Ansonsten aber auch Eistauchen haben wir jetzt neu im Programm. Den Oman, da gibt es auch einiges an Anfragen, also eigentlich die ganze Welt, aber Asien, Eistauchen, Kaltwasser tauchen. Wir haben die Bahamas jetzt ganz neu drin, Kuba, also die Karibik ist auch stark im Kommen. Ja, also entweder hier direkt auf der Boot, kommt einfach vorbei und lasst euch hier beraten. Dann bekommt ihr auch euer Angebot hier direkt auf der Messe zusammengestellt. Und ansonsten über Internet, also info.belugareisen.de, könnt ihr einfach eine E-Mail schicken. www.belugareisen.de ist unsere Webpage. Und ansonsten sind wir halt auch montags bis freitags immer telefonisch erreichbar und stehen euch mit allen Fragen und Antworten rundum zur Verfügung.